Ich weiß nicht, wie man Danke sagen soll zu solchen Bildern. Und diese Bilder zeigen eigentlich, dass das keine Lösung ist. Und deshalb ist das, was die Bundesregierung weiterhin verfolgt, dass wir eine europäische Lösung finden werden, was nicht einfach ist. Und wir müssen den Griechen helfen. Wir können sie mit dieser Situation so nicht alleine lassen. Deutschland will, dass weniger Flüchtlinge nach... Solange wir die Fluchtursache nicht bekämpfen, wird das so weitergehen. Im Moment sind 60 Millionen Menschen auf der Welt auf der Flucht. 25 Millionen außerhalb ihrer Heimatländer. Das ist keine nachhaltige Lösung. Nehmen Sie... Begrüßen wir auch noch mal den Sprecher von Herrn Maas, der hier mal am lautesten klatscht. Herzlich willkommen, Herr Sie. Boa. Bei uns gerade noch mal den Sprecher... tapen über das Thatemうん sehen. Schlippe sind dann selber Eracht这是. Bora! Sprecher Du Educ Andrew! Vielen Dank.